Und sie? Meine Ex-Freundin schreibt die mit mir Schlussgemacht. Ich knie vor dir, blas dir ein, danach zieh ich dich aufs Bett, setz mich auf dir und wir treiben es erst richtig mal dick schön. Feier schön. So, und jetzt wollen wir mal unser Pfad entledigen, was wir mal wieder bei mir in der Straße bei diesen scheiß Studenten gefunden haben. In paar Jahren werde ich vielleicht selbst Student sein, aber das interessiert mich überhaupt nicht, denn... Hi! Oh! Ich bin Troy Knoxville. Ich bin Troy McClure. Welcome to... Hey, I'm Johnny Knoxville. Welcome to... Just fuck the bike. Biiiit! Ja, schade, dass das Tibolls Fahrrad war. Ich hab's verwechselt. Aber egal.